Da konnte ich dann komischerweise mit meinem eigenen Tank fahren und ich hatte einen riesen Alter, wo fast das halbe, dreifelte Facement mit einmal nur einem Hochwertsfahrer fertig ist, weil du so extrem lange ausfahren konntest. Aber wenn du dem sein scheiß Werkzeug genau, genau, so ein kleiner Ding, was so groß ist wie so ein Scheißweg, wo vielleicht zwei Düsen rausgegangen hat. Ich meine, da war so groß, wie im Fernsehen, mit zehn, zwölf Düsen rechts und links. Also da musste ich auch in die Mitte stellen. Das war so auf die Straße gegangen. Aber wenn du abernten sollst, dann musst du mit dem so einen Scheiß fahren. Und dann bekommst du so ein kleiner, wo es dann abflacht, so ein kleines Ding am Ende hin, wie die Playstation. Und damit sollst du dann auf gut Deutsch die Fläche mehr von euch oben bis zum Niedel runter, und bis zu eurem Haus so ein Vieck. Ah, danke. Da bräuchte ich ja fast eine Stunde. Und umgekehrt, ja, und das größte, was du kaufen konntest, war dann so groß wie beim Fernsehen. Ja, wenn das hinten dran hängt, dann sieht man mal, was die Fläche der abernten oder flach machen würde. Was? Was machst du? Ah, wo ist sie nicht mal? Ja, ich mach nach dem Tennis spielen, wie immer, Mottasche. Hab nix dran. Ja, ich mach nach. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 30, 40 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 44 45 45 45 45 45 46 Untertitelung des ZDF, 2020 30, 50 ... 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